Mein inneres Gefühl hat mir gesagt, im Rahmen des ganzen Projektes noch eine besondere Aktion zu machen, damit ich was zurückgeben kann. Was das genau heißt, pro bestellte Hoodie gehen direkt 5 Euro vom Kaufpreis als Spende an das Frauenhaus, die Oase. Ich habe mit der Leiterin, mit Esther gesprochen. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt, die mich mega bewegt hat und ich es so krass finde, dass sie die Kraft hat, dieses Frauenhaus zu leiten, aufzubauen. Und sie haben ein zweites Haus jetzt gebaut, wo die Heizungsanlage noch nicht installiert ist, wo sie Spenden brauchen. Da würden die Spenden direkt hingehen, weil so viele Frauen darauf warten und in der Butterliste sind, auch einziehen zu können, weil das erste Haus schon voll ist. Deswegen, ich freue mich mega, dass wir gemeinsam als Community und jeder Einzelne von euch einen Teil dazu beitragen können, die Oase, das Frauenhaus zu unterstützen. Ich werde auf jeden Fall den Fortschritt der Aktion mit euch teilen, werde euch immer up to date halten. Wenn alles klappt, werde ich mit dem Spendencheck zur Oase selber persönlich fahren. wenn esoda, was wir anesse haben. Und das waren zur Oase, was ich sehr Homeland habe. Und das bin ich da dabei, wenn ihr euch klein manipulate.